Meine Freunde, wir sind wieder hier unterwegs auf der Swapper Agro 4-fach-Map und wir gucken jetzt gleich mal, ob das funktioniert hier mit dem Flüssigdüngerverkauf. Er zeigt mir was an und es kommt auch Geld rein. Sehr schön. Da gucken wir mal, was wir da bekommen. Dann machen wir den schon mal aus, weil das wird heute die einzigste Tour sein mit dem, die wir gefahren haben. Wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen, was jetzt hier bei rumkommt und dann machen wir mal eine Mission mal wieder, um mal noch ein bisschen mehr Geld ranzuschaffen. Aber bis dahin, wie gesagt, ich will wissen, was uns so eine Ladung Flüssigdünger bringt. Das sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Da kommt gut was bei rum. Das heißt, wir haben da eine sehr gute Einnahmequelle gefunden, die wir für die Zukunft nutzen können. So, und das sind 22.000. Das ist doch schee. So, jetzt muss ich hier mal das rausnehmen. Nehmen wir die 13, würde ich sagen. Versuchen wir mal 77 Minuten, soll die Mission dauern. Egal, machen wir. Wo ist das Schneidwerk? Ach, da. So, dann stellen wir uns hier an. Das schneidet noch zusammen. Klappen. GPS, ups, nein. GPS an. Die richtige Arbeitsbreite. Hier, äh, wo haben wir. Ach, sieht eigentlich ganz gut aus. Ähm, anschalten. GPS-Kurs anmachen und Gas geben. So, dann machen wir mal hier ein bisschen Mission. Und 24.000 ist ja nicht das Schlechteste. Und wie lange ich jetzt dann wirklich brauche, muss man sehen. Also ich werde es dann zur Not so machen, dass wir, ich nach Beendigung dieser Folge im Hintergrund, äh, weiter dresche. Und dann, äh, das Ende der Mission in der nächsten Folge beende, sozusagen. Ich glaube, wir haben uns hier kein kleines Feld ausgesucht. Aber das kriegen wir alles hin. Aber GPS ist ein bisschen schräg eingestellt, muss ich sagen. Aber soll uns jetzt erstmal nicht kümmern. Wir ziehen das jetzt einfach mal so durch. Zur Not müssen wir diese eine Bahn am Ende dann noch machen, wenn das sich nicht ganz ausgeht. Ja, dann, was können wir denn noch so ein bisschen bequatschen jetzt. Also, wir haben sehr viele Schafe und die vermehren sich auch gut. Das ist auch sehr schön so. Ähm, eventuell, äh, müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht auch noch auf Kühe gehen. Ja, Kühe ist, glaube ich, ganz gut, weil Gras haben wir. Wir haben Silage. Wir haben Stroh. Wir wollen ja eh Mischfutter machen. Dann wäre das doch eine Variante zusätzlich dann jetzt noch auf, äh, Kuhproduktion zu gehen, sozusagen. Also, auf, äh, Rinderzucht. So nennt sich das genau. Ähm, ja, müssen wir uns mal angucken, wie wir da finanziell bei rumkommen. Das heißt, das hatte ich jetzt wieder vergessen. Das kann ich jetzt auch nicht machen in zur nächsten Folge. Ich muss mir eben mal diese Mischfutteranlage angucken, die es da neu gibt. Es gibt zwar schon, äh, etwas ältere, aber die neue, die gefällt mir vom Design her relativ gut. Das heißt, äh, da müssen wir mal gucken. Und dann auch mal gucken, was Kühe kosten. Weil die dürften auch nicht gerade billig sein. So, einmal wenden. Wie gesagt, was wir eben sonst für die Kühe brauchen, sprich, äh, Silage, Gras, Stroh, haben wir alles. Ja, dann würde ich sagen, machen wir so diesen nächsten Step hin zu einem kompletten Bauern. Oh, Mann. Oh, jetzt bin ich auch noch müde. Hei, hei, hei. Ja, ja, gut. Äh, ja, also da kümmern wir uns drum in der Zukunft. Wir können ja auch erstmal irgendwie mit 10 Kühen anfangen. Es müssen ja nicht gleich wieder 100.000 sein, so wie es mit den Schafen, wie wir das gemacht haben. Und dann können wir uns eventuell eben auch einen kleinen Vieh-Anhänger selbst mal kaufen. Weil im Moment hatten wir, äh, beim letzten Mal hatten wir ja den Transporter gemietet. So, das wäre eine Möglichkeit, äh, das so zu machen. Sonst müssen wir eben erstmal gucken, dass die, äh, Schlachterei weiter gebaut wird. Ähm, da sollten wir in der nächsten Folge auch mal hinschauen und gucken, wie weit, äh, das denn da gediehen ist inzwischen. Und ob wir da Sachen nachliefern müssen, geht ja vor allem um die, die Dinge, wie heißt das, die Steinblöcke genauer. Ja, ja, und was ich auch mal hier in diesem Let's Play mal so einen kleinen Hinweis machen kann. Ich werde demnächst eben noch ein neues Projekt starten, auch hier im Landwirtschaftssimulator, das allerdings keine Videofolgen sein werden, sondern ein, äh, reines Livestream-Projekt. Das heißt, ich werde immer mal wieder, und nicht regelmäßig, also ich, da kann ich wirklich nicht sagen, ich mach dann und dann, sondern ich, äh, mach es eben, ich streame dann, wenn ich Zeit habe. So, so wollte ich sagen. Ähm, ähm, ja, das ist so meine Überlegung für irgendwie die nächsten Tage. Es kann auch sein, dass wir schon angefangen haben, wenn diese Folge hier rauskommt. Also, ich, wie gesagt, ich weiß es noch nicht genau. Und ich habe jetzt, äh, einige Zeit lang damit, äh, verbracht, mir eine Karte rauszusuchen. Ich möchte da irgendwie, was, sagen wir mal so, mit kleinen bis mittelgroßen Feldern. Ich habe inzwischen was gefunden. Ich bin nur noch, äh, dabei, da es jetzt gerade eine neue Version gegeben hat von dieser Karte, was, äh, die runterzuladen. Allerdings, äh, macht, äh, Uploaded da im Moment nicht ganz so eine gute Figur und bricht ständig ab. Also, ich werde es, äh, die nächsten Tage noch mal ein paar Mal versuchen, wohl, die Karte zu laden. Und dann werden wir da starten. Und es wird da eine Besonderheit geben. Und zwar, das, was ich eigentlich sehr gerne mache, eben mit, ähm, Curseplay oder mit dem Helfer zu arbeiten, das werde ich da nicht machen. Also, das wird ein reines Selbstarbeitsprojekt werden. Die einzige, äh, Farmerleichterung wird, äh, GPS sein. Aber sonst wird alles, was gefahren wird, also sowohl auf den Feldern, das Ansehen, dreschen, abfahren, äh, wird alles von Hand gemacht. Sprich, wir könnten dann rein theoretisch sagen, wir sind ein Einzelbauer ohne Angestellte, der alles auf seinen Feldern komplett alleine macht. Ja, und was mir eben wichtig war, bei der Kartenauswahl, dass ich eine Karte finde, die eben nicht allzu große Felder hat. Also nicht jetzt so wie hier, wo wir dann, äh, eben irgendwie eine Stunde vielleicht dabei sind, um sowas abzudreschen mit, äh, einem Drescher, der maximal Breite hat, sondern eben, äh, so mittelgroße Felder. Und, äh, es ist eben auch, was mir wichtig ist, so ein bisschen Industrie vorhanden, die wir dann eben auch, äh, ans Laufen bekommen können. Und, äh, es wird, was auch ganz interessant ist, es sind, äh, kaufbare Objekte dabei. Das heißt, wir müssen auch in erster Linie erst mal Geld verdienen, um uns, äh, weiterführende Sachen kaufen zu können. Ist, denke ich mal, auch so ein bisschen schön für die Langzeitmotivation. Und was es mir eben auch wichtig ist, äh, warum ich das eben als Livestream mache, man ist dann eben beim Arbeiten einfach auch länger dabei. Also hier, hier muss man eben ja immer versuchen, die Arbeit so in, äh, 15, 16 Minuten zu quetschen. Und das ist manchmal, ähm, relativ schwer. Und wenn wir da einen Livestream machen, der dann vielleicht mal eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden geht, dann kriegen wir da wesentlich mehr Arbeit einfach unter. Und ich denke, das macht, äh, macht dann auch Spaß, die ganze Sache. Ich hoffe mal, dass dann eben auch der eine oder andere mal zuschaut. Selbstverständlich werden die Folgen der Livestreams dann auch, äh, als Video zur Verfügung gestellt. Und, äh, das heißt, man kann es ja auch im Nachhinein sehr gerne noch anschauen. Und wie gesagt, also ich hoffe mal, äh, dass wir das spätestens zum Anfang nächster Woche hinbekommen, dass wir damit starten können mit dem Projekt. Ja, so sieht das aus. Und, ne, unsere Zeit läuft hier nach wie vor durch die Gegend. Und wir haben ja immerhin schon ein Viertel geschafft, jetzt hier von dem Fältchen. Dann lasse ich den jetzt eben wirklich im Hintergrund weiter hoch und runter sausen. Und, äh, sehen dann eben in der nächsten Folge die Beendigung dieser Mission hier. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, auch wenn wir noch nicht bei 15 Minuten sind, machen wir heute mal ein Minütchen früher Schluss und sehen uns dafür mit frisch aufgetankten Energien in der nächsten Folge wieder. Dann, wie üblich, der Hinweis, lasst doch gerne ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, drückt aufs Glöckchen, damit ihr auch informiert seid, wenn ich, äh, in den Livestream gehe. Und dann sage ich einfach mal, habt noch einen schönen Resttag. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht es Gehut.